Die Giedberg ist heute ein kleiner Stadtteil von Korschenbräuch, in dem anscheinend die Zeit still steht. Im 11. Jahrhundert, erstmals erwähnt, war Liedberg der Sitz des kurkölnischen Amtmannes. Seine westlich leicht erhöhte Lage war ein wichtiger Verteidigungssitz gegenüber den Grafen von Jülich. Das Schloss wurde auf Grundmauern aus dem 11. Jahrhundert als Höhenburg angelegt. Mehrmals im Laufe der Jahrhunderte zerstört und wieder aufgebaut, wird das Schloss heute umfangreich restauriert. Ganz in der Nähe findet man das Haus Fürth. Die einzig erhaltene Wasserburg und Fachwerkbauweise des Rheinlandes.